moin 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 herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play part von last epoch auf meinem kanal dem drago wasler so wir haben alles abgeschlossen ausser das letzte hier müssen wir noch fertig machen die oberen drei missionen links oben und die müssen wir zuerst frei spielen also ein paar echos machen normale und dann können wir die stores hier machen also hier und hier sind hier und hier genau gut dann probieren wir das ich freue mich ich habe immer einen neuen bildschirm und ich habe ja diablo 4 gekauft wie für diablo 4 auch zeigen andere action run spieler und so auch zum beispiel auch der diskurs 4 oblivion da gibt es ja auch bald dann irgendwann mal noch ein neue anflage und remaster wahrscheinlich oder ein addon also ein rework ich hoffe ein rework aber es wird wahrscheinlich ein remaster werden genau und vielleicht torchlight vielleicht machen wir secret 2 wenn es nicht abstürzt und neue hacken slasers kommen natürlich die auch vielleicht auch das neuere torchlight aber das ist auch nicht so gut vielleicht auch mal torch also sacred 1 vielleicht oder torchlight 1 zwar auch nicht so gut gewesen aber es war ein sacred fällt mir einfach vom spieß die immer am besten wenn wir ja mal sehen was also am besten mal ein paar wünsche und anregungen in die kommentare schreiben würde mich sehr freuen ja ihr habt es wahrscheinlich gehört mir geht es momentan nicht so gut mit dieser krankheit mecfs und so ich habe ja auch ein hitzeschlag gästen bekommen und also vor gästen bekommen und gästen einfach gespürt bis heute und ja sehr starke gelenkschmerzen und das habe ich alles noch kopfschmerzen einfach aber ich hoffe es geht bald wieder besser und dann gibt es auch wieder bessere qualität bei mir natürlich versprochen aber es sind momentan sehr viele krank also mehrere let's player die ich manchmal schaue sind krank man hat mehrere live stream ich schaue ja nicht mehr so viele live streams aber live stream die auch live stream meistens ich schaue meistens die aufzeichnungen an von den live streams damit ich ein bisschen besser spulen kann dass das ich überhaupt spulen kann ja und ich habe ja gestern auch ein live stream auf twitch.tvsd-strafe-basler gemacht übrigens also bleibt mal vorbei ich bin wahrscheinlich dann live wenn ihr vorbeischaut ich werde öfters und viel live streamen aber in nächster zeit nicht so am abend ich habe momentan echt probleme am abend einfach so sehr fit zu sein ich muss zuerst einmal schauen dass ich da irgendwie ja einfach gesunder werden kann dann kann ich abends eigentlich gut live streamen sonst einfach nicht so zwischen 17 uhr und 20 uhr sondern eher später werde ich dann live streamen an manchen tagen sogar erst ab 10 uhr oder so aber dafür wirklich lange in die nacht schauen vielleicht dass ihr vielleicht einfach mal ein bisschen länger wach bleiben könntet also ich will da oben rechts hin na 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 was seid ihr aber ich mag irgendwie Arenen ich hatte früher irgendwie so ein bisschen Respekt von Arenen weil es halt einfach irgendwie Gegner gehabt die am besten zu schwer waren Jetzt mit diesem Bild und so habe ich eigentlich gar nicht mal so viel Mühe und es ist fast ein bisschen besser, weil mehr Gegner kommen auf dich zu. Es ist einfach genauso leicht, aber einfach nur besser. Es macht mehr Spaß. Aber es dauert mir manchmal auch ein bisschen zu lange. Wir hätten einfach die Hälfte machen können von der Immersion. Oh, der hat aber Schaden gefressen. Ihr seht ihr, ich bekomme langsam schon echt viel Schaden. Also dieser Angriff, die einfach bei mir entlang gehen, wo man gar nichts ausweichen kann, ist schon sehr stark. Ich muss langsam wirklich wieder schauen, dass ich andere Items bekomme, die zähl sind. Ja, ich muss langsam wirklich Chulra machen. Ich weiß gar nicht, was genau ist. Einfach eine der vier Schreine. Aber ich habe ja noch gar, also hier habe ich noch ein Potenzial. Ich muss die Sachen zuerst finden. Und die können wir in den Livestreams immer wieder suchen. Wirklich auf diese Items wirklich gründen. Macht sehr viel Spaß. Also es macht gar nicht mal so wenig Spaß dann für euch. Und ihr freut euch wahrscheinlich dann auch auf mich. Weil ich muss ja nebenbei dann auch noch Pass of Exile neue Season machen. Ich habe hier auch noch Livestream. Ja, das wird wahrscheinlich manchmal schon wenig Zeit haben. Oder dann auch hier sehr viele Items zu ergrinden. Das können wir dann dort machen. Und ihr könnt natürlich vorbeischauen, wenn ihr es spannend findet. Und nicht unbedingt mehr so zwingend zuzuschauen. Wisst ihr nicht? So, ich habe so viel Critical Strike. Ja, komm. Nachnehme ich mit. Weil es sind 40%, sonst sind es immer so 35 oder 30. Also sind alles gleiche Items noch. So, ich wollte ja bis zu Amor gehen. Moshe ist auch sehr einfach noch. Das sind für Charaktere, die sehr viele Gegner Treffer kassieren müssen. Das ist ein bisschen schwieriger. Auch wenn ich nur einen oder so bekomme, dann ist mein Schritt noch nicht so schwer runter. Das ist nicht so schlimm. So. Ja, im letzten Part habe ich einen 70.000er Crit gemacht. Ist aber sehr selten, da müssen ganz viele Eigenschaften, sehr viele Bonis und so, ja, zusammenspielen. Und auch der Gegner darf nicht allzu angestrengt, äh, ja, zähl sein. So. Dann ein bisschen schwer. Mit viel Kraft zu reden. Ja, es ist ultra heiß. Und jetzt wahrscheinlich gut spielen kann ich nicht. Ich werde auf jeden Fall mal einen Fußball nach Hause bringen. Wenn es jetzt wieder ein bisschen früher dunkel wird. Und dort trainieren. Also nicht in der Wege, sondern zumal mehr nach Hause. Nach Donach. Ja. Und dann einfach so trainieren, als jetzt mehr in der Hitze trainieren. Und dann am Abend nichts zu sein, wenn man einen Hitzeschlag hat. Und halt viel mehr trinken mitnehmen. Und dann geht ja nicht anders. Schön gekühlt zum Beispiel. Ich glaube ich muss einen größeren Rucksack, ja. Ich habe schon einen gekauft, aber der ist eher wasserdicht unter diesem Gokko Rucksack. Aber da ist ja nicht. Jetzt habe ich jetzt hier gebliebt. Ist das weg? Ist das ein grosses Lern? Hätte ich jetzt nicht, oder? Geil, geil. Ich bin reich. Ja, ich werde eigentlich direkt, wenn ich morgen zu Hause bin, nach dem Einkaufen und morgen essen. Oh, Snide 3. Geil, geil. Dann Live-Stream. Mit Corruption, also die Corruption hochtreten. Mit den wichtigen Minuten. Dass ich dann ein gutes Video machen kann. Wo wieder etwas mehr passiert. Vor allem die Dungeons gemacht werden. Weil ja das Spiel gerade auch nicht so abstürzt. Gar nicht abstürzt. Ich glaube ich bin falsch gelaufen da einmal. Aber vielleicht können wir auch oben durchgehen. Nein, wird nicht okay. Irgendwo sind wir falsch gelaufen. Ich dachte ich müsste immer nach Norden und links. Aber irgendwo war unten links oder so. Keine Ahnung, wo das war. Das ist das Englern-Level, das sehr wenig kommt. Dieses Layout. Okay, hier. Hä, wieso bin ich nach Norden gegangen, wenn ich hier links? Nein, wenn es noch nicht aussieht, sieht der ja nach Norden aus hier. Jaaa. Okay, einmal falsch gelaufen. Sonst bin ich ja nicht immer gut gelaufen. So, jetzt ist es gleich fertig. Und bald wieder ein Level-Up-Session. Was haben wir eigentlich? 283 dann. Echrotik-Damage. Wollen wir mehr. So, zu viele Gegner will ich nicht töten. Hm. Gut. Minion-Heifer kann laufen. Minion-Heifer kann laufen. Also 30% ist das Maximum. Ähm. Wo war das? Alt. Nicht das Richtige. Ah, hier. Also Alt und Stirk müsst ihr drücken. Hier 6. Ja, es ist Maximum. Prop Only. Aber es gibt vielleicht hier 7 auch. Ist noch besser. Gibt es bis 45 vielleicht? Hm. 31 ist wahrscheinlich schon sehr gut. So, und hier haben wir... Ja, im Ring, der jetzt nicht unbedingt so gut ist. Nehme ich einfach mal mit. Hm. Hat ein bisschen weniger Werte. Gestreckere Werte. Na gut. So, dann... Ah, da haben wir ein Unique-Untenset da oben. Okay. Geil. Also schnell da noch oben. Also auf Diablo 4 freue ich mich trotzdem, egal wie manche Sachen schlecht sind. Und der Patch erscheint ja 1.1 glaube ich oder so. Er erscheint ja am 8.8. Ja, oder am 7.8. schon. Ab 8.8. ist es. Wird schon gut laufen. Oder wie am Endgame jetzt auch nicht gerade so schnell sein, dass es vor Patch 1.1 ist. Und die Season, die geht ja sicher noch 2-3 Wochen. Aber nicht wundern, wenn halt wirklich Diablo 4 ein bisschen öfters kommt. Und ich will ja schon fertig werden mit der Season. Auf jeden Fall wird Path of Exile ähm... Jo. Wahrscheinlich auf dem 3. oder 2. Platz in der Menge kommen. Nein, dort ist ja auch eine Season nicht ganz so lange für einen Gelegenheitsspieler, oder? Ja, wir werden sehen. So. Ich gehe weg von uns. So. Er ist irgendwie so ein Bogen. Hat einen Bogen gemacht. Der wieder auf uns zukam. So. Bild-Armor. Wie machen wir das? Spam-Blade-Form das sicher. Okay, nehme ich das auch mit. Aber wahrscheinlich brauchen wir das mal für ein Bild. Es gibt irgendwie so ein Brocken-Insekten-Bild. Swam-Blade-Form-Bild. Ob ich das jetzt wirklich ausprobieren soll. Wahrscheinlich nicht von der Zeit her. Aber auf jeden Fall mal kurz irgendwo reinlegen. Na, das ist wenig Platz hier. Hier. Kann ich da noch mal ein paar Sachen reinlegen. So. Also, wir machen jetzt zuerst das Set ein. Das ist wichtiger. Könnten wirklich neue Set ein geben. Aber ich denke eher nicht, weil ja die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering ist. Ja, die Gegner sind schon da. Hehehe. Hehehe. Also so. Auch wenn ich jetzt OP bin, macht es natürlich sehr viel Spass. Ich muss jetzt einfach so ein bisschen Corruption hochtreiben, dass es nicht mehr so leicht ist. Gut. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem so. Er ist da zu stark in dem Moment. Sobald er dann irgendwie über 100 Corruption hat, ist es noch zu schwer. Ich sag noch mehr. Ein Aftershock ist ziemlich gut. Hab ich gelesen. Es gibt sogar ein Bild, der nur auf Aftershock geht. Aber da braucht man natürlich die richtigen Idole zuerst. Und die kriegt er meistens nur selber durch den Blutfilter, oder? Also jetzt zum Beispiel dieser Bild wird er wahrscheinlich gar nicht finden. Einfach am Boden bleiben. Das ist ein bisschen schade. Dass ich da nicht mehr Idole sammeln kann. Also schauen wir mal. Ein Schild. Aber nicht wieder dieses Void-Schild. Nee? Corsair Sports-Schild? Corsair-Set ist doch bekannt für ein Bild. Ah, okay. Gehört dem Rogue und Blade Dancer an. Jo. Bin jetzt nicht so erfreut über diesen Drop. Aber hier haben wir zwei. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen haben. Dann machen wir die zwei Gold-Ding noch. Mal schauen, wie viel Schaden ich bekomme. Ja, wir müssen da auf der Reihe bringen. Und wie ihr? Schon gut. Nicht alle so. Schöner nach der Reihe. Nicht alle reinquetschen. Ach du Gute. Hm. Hm. Also, wie kommen wir da am besten hoch? Was ist das denn da? Oh, Weltresistence. Oh, aber die Dinger. Ähm, Spy ist nun sehr stark. Heftigst. Ja, es sind drei aber auch nicht draufgegangen. Drei sind sonst natürlich schon stark. So. Wie kommen wir da zuerst? Wir töten mal noch die Gegner. Jetzt kommen die irgendwie mit. Ja, irgendwie ist jetzt gerade wieder viel los. Die Gegner sind sehr dicht an einem anderen. Soll ich den unten zuerst nehmen? Seht ihr also wirklich ganz um die Nähe? Nein, gar nicht. Der links oben, der ist am nächsten. Ja, den sieht man schon. Das ist jetzt ein bisschen ein unangenehmes Land. Aber irgendwie auch cool. Es ist einfach so ein bisschen mehr nötig, um das Mönze abzuschließen. Es ist einfach viel mehr Gegner, die hier rumlaufen. Ja, ich nehme den oben am Schluss. Ja, ich nehme den oben am Schluss. Der Korrel Ring ist sehr gut mit Dua-Raisy. Aua. Stun ist Fram sehr stark. Tschüss. Wie sie einknicken. Hm. Komm. Wie sie einknicken. Hm. So. So. Wie sie einknicken. Dann noch einen Schrein nehmen. Den auch noch kurz. Idole. Ja. Das ist wichtig. Aber nur einer, der am besten zu mir passt. Ich hab' nicht mit. Ich hab' nicht mit. Ich hab' nicht nur Leben hatte, oder so. Das auch nochmals. Boah. Dieses Label ist ja mega heftig. Geil. So. Währenddessen mach' ich mal ein Thumbnail noch. Lass' mal kurz schauen, wo dann. Ich hoffe, er Ding ist an. Ähm. Afterburner. Weil ich mach' Thumbnails mit dem Afterburner. Und eingestellt. Ja. Sonst mach' ich das einfach dann später. Mach' ich jetzt nicht. So. Dele. Jetzt hang' dann auch falls die. Den Balken voll leichts. Easy gewesen. Abschluss war's sehr schnell. Oh. Haha. Oh. Weil Vale Root. Das zweite Mal, dass ich das jetzt droppe. Multiplayer. Und beim Singleplayer die ganze Seite gedroppt bekommen. Ja. Aber ja. Die meisten auch aufgenommen da. Ja. Ja. Fail Root ist halt einfach für einen. Ja. Spring Form. Fliegen. Auf irgendwelche Art. Der selber castet. Sehr gut. Und natürlich nicht gerade so mega broken. Also man kann es irgendwie broken einsetzen mit anderen besseren Sachen. Aber bei Damage die leist die Rüstung dann nicht. Was hat das überhaupt für das? Eher Defensive ja. Naja. Bronje. Das hat auch sehr gut. Äh. Wieso ist sie jetzt hier oben? Äh. Komm ich jetzt hier hoch. Das ist wieder eine Krabbe. Krabbe. Hehehe. Hehehe. Ähm. Skarabs sind halt einfach so diese Efer. Ägyptisch. Skarabäern. Genau. Das heisst. Ja. Sollte doch einfach die Gegner die hier schon angreift. Die hier einfach weglaufen. Hehehe. Die Kai ist wirklich nicht gut in dieser Sache. Es sollte in einem Spiel nicht so sein, dass wenn man einen Gegner angreift, die Minions auch dort angreift. Und dass man das einstellen könnte. Das nimmt sich in anderen Spielen, wo es auch möglich ist, nie. Und dann muss das Spiel wie Last Epoch dann nicht zwingen, dass dann die Gegner angegriffen werden. Und man hat erreicht. Gegnern, äh die Minions einfach einen eigenen Kopf haben, ist einfach viel besser. Also Taktiken, dass man die Minions irgendwie anweisen kann, irgendwo hier hin oder so zu laufen. Das kann in einem, ja, in einem Baldur's Gate 3 existieren. Aber in einem Last Epoch muss das nicht sein, weil es einfach nicht ist. Da verkaufe ich einfach. Schade, dass diese, ähm, Low Level Items nie Potential haben. Unix. Dann gehen wir hier oben durch. Das S. Was ist das? Dodge. Ah, das ist Dodge. Okay, bin ich unten. So, reicht das? Können wir ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache einen längeren Part. Es grischt ja nicht mehr. Gut, aber so kann ich natürlich besser, let's play. Und ich habe Windows 10 Spieler und das grischt nicht. Also, da ich denke, es ist wirklich die Unity schuld, dass es auf Windows 11 grischt. Oder halt Windows 11 nicht der Entwickler. Aber immerhin habe ich es gelöst, indem ich einfach wieder Windows 10 Pro und Windows 11 Pro. So, ich habe hier oben irgendwie. Ich habe noch ein Spies, ja. Schnitzel, Schnitzel! Braum, Schnitzel! Schnitzel, das a la Draco Basler. Ich finde es schwer. Sehr cool. Für mich fast ein bisschen zu hell, grell und immer nur weiß. Bisschen dunkle Aspekte wären gut. Ist aber scheinbar nicht. Wollte ich den Entwickler irgendwie nicht mal. Weil Eis sieht für mich halt immer so zweiartig aus. Also nie einfarbig oder zweifarbig. Mit Schattierungen drin und so. Es fehlt fast komplett. Es sieht jetzt nicht gerade sehr scharf aus. Ich will hier runter. Ich will hier runter. Ja, wann kann man jetzt den nächsten Patch erwarten? Ende August vielleicht schon. Ich sage so Mitte April. Ich sage so der 12. April. Kommt der neue Patch. Mal schauen, wann. Auf jeden Fall wird es ja vielleicht das Fraktionssystem endlich gehen. Tja. Ich freue mich drauf sehr. Ich bin ja immer sehr positiv auf Updates zu sprechen. Ich kann nie genug erwarten. Jedes Spiel sollte so viel und häufig wie möglich abgedatet werden. Aber leider sind die Entwickler meistens immer am Abspringen zum nächsten Game oder so. Oder hören einfach ganz auf zu entwickeln. Ja, und ich bin ja immer noch dran, alles ein bisschen zu lernen und selber zu entwickeln. Wenn ihr mir helfen könntet, würde es viel schneller gehen. Kann ich euch ein wunderbares Spieldesign. Ja, wenn wir dann sehen. Was und wie. Ich denke schon eine Art Hackenslay eher. Mit tollen Rollenspiel- und Adventure-Aspekten. Das sind die Eichhörnchen wieder so mega zusammen. Jetzt sind sie wieder auseinander. Cool. Schreddarmor. Diese Vorlagen habe ich schon genug an Schurglern. Ah, die Bären nerven mit ihrem Teleport. Wer hat das eigentlich erfunden? Teleport bei den Bären. Hä? Welcher Entwickler? Ah, es können ja kleine Ratten sein, die teleportieren können. Aber doch nicht so die riesen Viecher. Waren sie zu schlecht, zu langsam oder so? Mussten die Teleporter einfügen? Man denkt so diese Wehtschweine aus Gotik 3 mit Teleport in Gotik 3. Die waren bekannt, das war eine Meme. Dass die die schwersten Gegner waren. Angriffen, die kaum abwehrend sind oder dass man sehr viel gestuckt hat, eng geblieben ist. Wenn man zwischen den Angriffen zu viel Ragdoll hatte. In so einem Spiel Ragdoll würde wahrscheinlich sehr, sehr gefährlich sein. Gibt es ja zum Beispiel bei Titan Quest. Aber dort ist es nicht so extrem. Eher wenn die Gegner tot sind, dann fliegen sie weg. Das ist immerhin noch aushaltbar. Also Titan Quest kommt eventuell, wenn ich ein bisschen rümter bin. Ich habe ja schon ein bisschen viele Leute verloren in letzter Zeit. Durch diese Gesundheitsprobleme. Aber, kann man nichts machen oder? Also, was haben wir? Hier quatschen. Viel zu wenig. Jetzt muss ich leider doch hier noch rüber. Fast ein bisschen zu unnötig. So, wir haben 30 Minuten, aber ich habe ja gesagt, ich mache einen längeren Part. Dass wir morgen gut Livestreamen können. Und das wahrscheinlich bevor diese Party überhaupt online geht. Aber ja, gespäulert werdet ihr ja nicht. Ihr habt es dann einfach noch kurz verpasst. Und ihr könnt ja das Video dann noch nachschauen. Wenn ihr überhaupt sehr aktiv seid, gewesen seid. Sonst könnt ihr dann die Livestream aufzeigen auf YouTube dann. Das ist schon. Also, auf twitch.tv.com slash DragoBasler ist da Livestream zu finden. Ich werde sehr lange Livestreamen jetzt. Ich werde am Nachmittag noch ein bisschen Kaffee trinken mit einer Dame von der Wege. Und dann müssen wir reden. Und danach komme ich so schnell wie möglich zurück. Wenn sie mich lässt. Wenn sie mich befreit. Und dann gibt es dann nebst. Ich glaube, 12 Atomen. Ja, es brauchen vielleicht ein paar Bills. Ja, aber mein Bills braucht es nicht so gut hin. Lockchance, aber das ist gut. Das will ich. Weg da. Die ganze... Was ist das für ein Gegner hier? Okay. Draht sie nicht immer so viele töten. Zu weit weg, die Gegner töten wollen. Ja, der Entwickler muss wirklich schauen, dass die Gegner nicht... Äh, die sind jetzt nicht zu viel Sichtweiter. Ja, das mit dem Balancing, das werden wir dann zusammen machen. Wenn ich das eigene Spiel mache, muss ich auch balancen können. In Last Epoch können wir es ja nicht zusammen machen, weil ich nicht enden darf. Aber wenn der Entwickler hier schon so viele Probleme habe, habe ich das dann alleine auch. Problem. Ja, man muss nur schauen, ich mache sehr viel, aber immer dann, wenn ich halt nicht livestreame und let's playe. Wenn ich Video hochlaute zum Beispiel, mache ich das gerne. Da habe ich einfach zu wenig Zeit. Okay, bringt das etwas, wenn wir hier noch oben gehen? Alleine hier oben? Könnte schon eins sein mit 16 oder so, warum? Ja, einfach mal versuchen. Oh, meine Lieblingsgegen. Nicht. Ja, machen schon sehr viel Schaden mit diesem Slap. Ist ja auch eine Punch oder so. Jaaa, World Enemies und Küsse, 82 geküsse, Damage ist natürlich ein bisschen schwer. So. Ist das ein Ambash? Meine Güte, wieso habe ich den Schrei nicht entsetzen können? Hm. Okay, passt. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Da kommen diese Abis. So. 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 Now. So. So. 神 licenseeer. So. ich muss hier runter und dann rechts. Das vergesse ich immer wieder und gehe direkt nach oben. Direkt in Richtung und in die Richtung. Okay, Wolvesch rein, das ist wenn es ein bisschen gut geht. Und ja, nicht vergessen in den Dungeons auch nicht so viel Geld ausgeben, weil es einfach nicht so viel bringt. Ok, scheinbar bin ich falsch gelacht. Äh, dieses Mal ist es links gelacht. Meine Güte, schon wieder Platz. Drago hat eine chronische Verstopfung in einem Hackenslay. Bitte befreit ihn mit Rizinusöl. So nicht, Drago. So nicht. Du freist ja auch runter, wenn du nicht gut gehüpfst. Hallo. Ich mag manche Gegenden in den Levels, die aber groß sind und schnell sind oder mehrheitlich. Aber es ist einfach nicht so gut balanciert, oder? Weil die auch sehr viele Schafe haben. Ich mag sie aber irgendwie süß. Es ist Lemmy, die die auch voll. So. Fertig Lemmy. So. 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 Ich bin voll, habt ihr das schon mal gesagt? Ja, ein bisschen Minindamage ist schon da, 64 glaube ich Zu schwach items, also was kann ich noch lagern und wie viel brauche ich noch? 40.000 Rüste So, kann ich da noch irgendwo etwas lagern? Lange items, ziemlich stark Bitte mal hier runter, dann kannst du Rüstung her Und dann haben wir noch Platz, hier ein bisschen Jetzt nehme ich einfach nicht mehr viel mit, und auch nicht rein So, war Puff Rüstung, darf ich zum Beispiel Das sind Low Items, die ich nicht brauche Also wir sind jetzt drüber, jetzt können wir noch die Missionen machen, jetzt haben wir 39 So Vielleicht werden die auch nicht ganz so schwer sein Vielleicht werden sie sehr schwer sein Keine Ahnung Dann haben wir auch noch so einen Schaden Oh, der Schaden ist da wieder hoch Boah, die Geldner haben aber recht viel jetzt selber gekauselt Jetzt Heftigst Ja, ich habe ja noch die Void-Modifikator rechts Schaden ist leider auch ein bisschen höher Also seitdem ich jetzt eine neue B-Gym habe, die Let's Space machen noch viel viel mehr Spass Es ist unglaublich, wie ein B-Gym einfach sehr viel Spass macht Es hat auch sehr Teuer Die habe ich jetzt hier so wirklich erst leisten können Ich muss hier auch noch ein paar andere Teuer-Sachen zuerst holen Auch Tastatur Was gibt es sonst, was habe ich noch alles geholt in letzter Zeit Eins war zum Beispiel noch der Kasten Was hat er? Ähm Ja, ich habe sehr viel Geld ausgegeben Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig, was ich ausgegeben habe in letzter Zeit Ist aber nicht so gemerkt Ach ja, die Nintendo Switch Die war mega toll Ja, jetzt brauche ich noch eine Caption-Caption-Caption Ich hole mir natürlich auch die Switch 2 dann direkt Und ich wollte Wenn ich ein oder zwei Spiele spiele, auf der Switch 2 auch natürlich die Switch 1 zocken können Deshalb habe ich die Switch 1 auch vorher schon gekauft Und ich bin halt Fan, aber es ist mir einfach viel zu teuer, was Nintendo so verlangt Aber übertrieben teuer Ich ziehe ich hier oben durch Ich glaube nicht Den nehme ich nicht mit Auch wenn er Geld geben wird oder so Jeden Stoß mit Wenn er kein Potenzial hat, dann kann er mehr gestohlen bleiben Ja, leider sind wir noch ein bisschen zu low Es gibt ja nicht bei jedem Juno Gibt es hier alle Ein Tier Hallo Hallo liebe Gegner Seid ihr auch noch da? Ich kann euch auch wegschicken Auf dem Boden der Tat so Kommt noch mal so ein Blöder Klerik Kleriker Diese dummen Kleriker In diesen Spielen So, weg damit Ich habe schon wieder 77.000 gemacht Oder 47.000 oder so Einfach heftig manchmal, aber es sind nur die kleinsten Gegner So, komm Hallo Der Ei da Jetzt muss ich ihn auch hoch Was soll das, lieber Entwickler? Trollt ihr uns? Wollt ihr einfach, dass wir weiterlaufen? Halt doch mal auf uns immer so zu zwingen zu laufen Es macht keinen Spaß Ich kann euch noch mal auf den房sten In dem nichts Wollt ihr wart? Wollt ihr auch an? Ja Ui Alla Oh ja, ein B-Gegner. Muss man einfach wieder zurückgehen? Schon das ganze Level einfach laufen. So, dann nehmen wir noch diese blöde Sichelzüchste. Nächstes Mal droppst du einfach mit 4. Schön 4 Potential. Oh nein, ein Böser. Oh, zu spät, zu früh. Oh meck. Das ist so meck. Oh nein, ein Böser. Das war voll easy. Voll der Wecker. Ja. Schön. Also das erste ist wahrscheinlich das längste gewesen. Hier noch das gleiche. Unter. Dann die zweite Mission ist was. Archiv. Hm. Hm. Nicht so viele Flammen. Die AOE sind manchmal schon übertrieben. Und die AOE sind ein Drittel senken. Oder ein Drittel von diesen machen. Also um zwei Drittel senken. Aber ähm. Ja. Das machen ja die entweder nicht. Einfach ein bisschen stärker machen. Große AOE braucht niemand. Ist hier unten im Kernschrein. Da ist meistens ein Schrein in der Kampagne. Ja, meine Eichhörnchen. Schön 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 schön. Also wenn ich jetzt sagen könnte. Ich habe Lust. Auf ein Action Rundspiel. Mit Euch. Einfach den ganzen Tag zu zocken. Dann würde ich Last Epoch. Wenn. Einfach mit Abstand am meisten Spaß. Aber ich freue mich natürlich riesiger auf Diablo 4. Nur die Erwartungshaltung ist ja wirklich. Ein bisschen gering noch. Sicher mehr Spass machen. Und dann will ich auch dabei sein. Wirklich. Deshalb jetzt schon anfangen. Hat auch ein bisschen Geld investieren in Battle Pass. Am Anfang noch nicht. Die Skins sind einfach alle scheiße. Es lohnt sich nicht den Battle Pass zu holen. Außer eben selber frei zu spielen. Glaub ich kann man auch. Aber da braucht man unglaublich viel. Bonus oder Ding. Da muss man sehr viel spielen. Damit man die Bonus vielleicht macht. Mal schauen ob ich es schaffe. Ich muss aber heute mal anfangen. Also im Livestings langweilig gesehen mache ich immer ein bisschen Rollenspiel drin. In den Livestings. Und in den Let's Play. Also in den Videos. Mache ich halt einfach eher. Weder über ein paar Themen. Oder Spiel eher. Meistens. Oder auf Wunsch irgendwelche Sachen. Tutorials geben. Damit es auch nicht langweil wird. Aber schreibt es in die Kommentare. Weil wir nicht genau das machen sollen. So. Oh. Hallo. Hallo liebe Gegner. Sagt ihr auch schon alle da? Oder Flommenwürfe. So. Ist gar nicht so schwer. Minimally Damager ist nicht so stark. Möchte ich lieber als. Ding haben. Als Exalted Bone. Lila in der Bone. Ne. So. Ich muss einfach weiter. Dachte ich muss mit ihm noch reden. Aber weiter weiter. So. Also. Jetzt haben wir 49. Also 50 Minuten Video. Endlich den Boss erreicht. Gut. Relev? Nein. Äh. Wer ist das? Das ist Arubis? Ja. Der Haskell. Der Kasper. Hallo Kasper. Oh geil. Uh. Boah. Ich kann dem. Ich kann dem nicht. Ich kann dem nicht. Hüpfen. Ultraschwer. Ich kann ja nicht hüpfen. Ich bin die ganze. Ich hab die ganze. Gespamed. Diese. Dieser Knopf. Rechheit. Ich muss näher ran. Glaube ich. Und dann muss ich. Schneller laufen. Ich kann ja nicht so schnell. Ich kann ja nicht schneller laufen. Hüpfen. Hüpfen. Ich muss also wirklich drüber hüpfen. Die ganze Zeit. Aber was soll ich machen? Hä? Das hatte ich ja noch nie. Wie geht das? Da gibt es irgendwie einen Trick. Ich kann ja nicht so schnell laufen. Aber wisst ihr was? Ich nehme so einen Ring. Ja und wo sind die Ringe eigentlich? Hinten. Ja wo sind die Ringe? Habe ich die alle auf anderen Charakteren? Ah. Mann, wenn man einfach mal die Eignis auch irgendwo reinstellen könnte. Nein. Die sind einfach so random in verschiedenen Sachen. Wenn man sie einfach dort reinstecken muss, oder? Wenn man nie Platz hat. Kann man auch nicht sortieren. Da muss ich immer ein Item rausnehmen und irgendwann das reintun. Wie ein Puzzle. Und das will ich nicht. Ich entwickle es selber schon, dass man halt einfach genervt ist auf dem Spiel. Ich habe doch hier ein Item reingetan. So ein Item. Wo war das hier hinten? Irgendwo. Da. Also wäre es besser. Ja. Gut. Aber ich will jetzt den schaffen. Aha. Jetzt muss ich nochmal sagen. Es ist unglaublich wie nervig Bosse in diesem Spiel gemacht wurden. Und dann ist es auch noch eine Arena. Nein. Jetzt muss ich das wirklich morgen dann im Item noch machen. Nein, nein. Wir machen jetzt das Video so lange, bis es nicht mehr geht. So kommt Spawn. Spawn endlich mal. Äh, Flaschen. Und Feinden. Gibt's keine Dinge. Ich habe in diesen. Und in diesen die. Eine Map haben. Das die. Schreie. Also den. Schreie. Schreie. Auch Schreie. 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 So wie möge ich heran. Nur dann kann ich genug schnell landen. Verstanden. Naja, es ist gar nicht mal genug schnell, aber... Naja, ihr habt es ja gesehen. Ich bin ja nicht so weit weg. Bin eher näher gegangen dann am Schluss. Bin trotzdem nur... Abschätzen ist das echt schwer, wenn es nur so schnell geht. So, fertig jetzt. Also nochmals Versuch. Wie ist es geschafft? Gut, jetzt geht es wieder. So, also komm. Verwandle dich und jetzt muss ich einfach so nah wie möglich ranbleiben. Gleichheit ist hoffentlich nicht so groß. Genau. Und jetzt so nah wie möglich dranbleiben. Aber wir sind genug schnell immerhin jetzt. Aua. Wieso castet das... Wieso castet das die ganze Zeit? Das kann ich doch nicht ausweilen. Was sind die Entwickler für absolut asoziale Wesen? Meine Güte, wenn ich es doch mal kennen könnte. Aber ich habe es erst erkannt, als ich dann am Schluss gestorben bin. Das ist sowas von unfair, ey. Wie kann der Entwickler als so ein böser Mensch sein? Ich muss die doch zuerst reviven können, ey. So. Nein, jetzt ist er wieder in die Richtung. Gut. Jetzt habe ich es draus. Und jetzt hör auf. Hör auf mit diesem ganzen Zack. Der ist so schnell. Das ist viel zu schnell. Was ist das? Oh. Boah. Jetzt muss ich auch noch hier bleiben. Jetzt sind die auch noch Fallen am Boden. Minen. Kann, glaube ich, dann mit diesem Ding gar nicht besiegen sein. So, jetzt warten. So, jetzt greifst du noch mal an. Bitte. Jetzt sind auch wieder ein paar tot. Dankeschön. Meine Güte, wenn ihr mehr Leben haben würdet, ey. Nein. Halt hier. Wuhuuhu. Wuhuhu. Wuhuuhu. Wuhuhu. 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 Muss ja einen Trank trinken. Der ist viel zu schnell. Aber es auch schnell taut. Bitte töten. Bitte töten. Jaa! Wir haben ihn geschaut! Meine Güte! Mein Herz ist in die Hose gerutscht. Oh, unglaublich. Ein Bildschatz, oder? Ach komm, wir haben eine Klassische Spezifikschatz. So. Kaspars Will. Der Kaspars Will. Okay. Kann ich jetzt sterben, wenn ich hier... Nö, auch nicht viel Schatz. So, geschafft. Und das heißt, jetzt können wir übercroppen, oder wie? Äh? Es ist gerade irgendwie auch etwas mit dem Twitch Studio passiert. Das ist schwarz. Ja gut, ich beendet jetzt das Video und wir schauen das morgen im Livestream an. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht kaputt. Aber irgendwie hat das Spiel jetzt gerade der Twitch Studio kaputt gemacht. Tschüss, bis morgen. Und bis heute noch. Tschüss. Tschüss. Ist das Video noch an? Ist das Video kaputt jetzt? Ja, und wie soll ich jetzt das Video beenden, wenn da die Studie kaputt ist? Neuladen. Gut, das geht nicht. Doch, geht. Okay. Ich beende jetzt das Video. Tschüss. 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 Tschüss.